Hey Leute, ich freue mich riesig, dass ich dieses Mal die Gewinnerin beim Wheelspin Giveaway Gewinnspiel von Armin's Hardware bin. Ich habe das SGH10 Gaming Headset von Sharkoon gewonnen. Das Gewinnspiel ist super und es gibt immer wieder tolle Sachen zu gewinnen. Jetzt packen wir das mal aus. Also es ist auch sehr gut verpackt, dass auch nichts kaputt geht im Ganzen. Das hört sich sehr cool aus. Also danke dafür an und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020